Herzlich willkommen auf Gutscheinrausch.de. Heute wollen wir euch die mobile Anwendung von Gravis vorstellen. Ich denke, den Online-Shop kennen viele von euch, hat sich ja so ein bisschen auf Apple-Produkte spezialisiert, aber es gibt natürlich auch einiges anderes, zum Beispiel Zubehör, was man da kaufen kann. Oben gibt es erstmal eine Suchfunktion an der Seite, so eine kleine Sidebar, zum Beispiel hier der Bereich Shop, der Bereich Specials, Code-Scanner, meine Geräte, News, Standorte, Unternehmen und Einstellungen. Und wenn man jetzt mal hier zurückgeht und sich zum Beispiel entscheidet hier für Smartphone und Tablets, Apple-iPhone, dann lädt er hier dementsprechend die Daten, hier ist jetzt zum Beispiel ein 4S und klickt man da zum Beispiel drauf, hat man die Möglichkeit, das entweder in den Warenkorb zu legen, was wir jetzt einfach mal machen, oder man hat auch die Möglichkeit, das einfach an einer Filiale abzuholen und dann zu sagen, sich hier quasi mit anzumelden, dass man das abholt und es dann letztendlich auch einfach macht. Ist also eine ganz gute Sache. Es gibt dann hier noch den Bereich Specials, zum Beispiel gibt es hier dann einige Nachrichten, hier jetzt vom 14.10. ist was mit dabei, vom 11.10. das ist ganz cool. Und zusätzlich gibt es natürlich noch einen Code-Scanner, mit dem man dann die einzelnen Produkte scannen kann. Es gibt hier meine Geräte, ich habe jetzt hier keine Geräte in diesem Falle registriert. Den Bereich News gibt es natürlich auch noch. iPhone Live und iPad Live ein Jahr geschenkt, ist eine ziemlich coole Aktion hier von Gravis, empfehlen wir euch einfach mal drauf zu klicken und man kann natürlich auch hier auf die Standorte zurückgreifen. Man kann sie sich dann anzeigen lassen, welche am nächsten da ist oder man lässt es sich einfach so anschauen, zum Beispiel hier in Berlin oder in Stuttgart, Aachen, nochmal Berlin, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, und vieles mehr ist mit dabei. Es gibt hier noch die Möglichkeit aufs Unternehmen zurückzugreifen, hier gibt es zum Beispiel Philosophie und Gravis Vorteile. Hier gibt es halt so einen kleinen Text, das ist so eine kleine Präsentation von Gravis, auf die man sich hier mal ganz gut durchlesen kann, aber am wichtigsten finden wir eigentlich den Bereich Shop hier. Ist ja denke ich ganz cool, hier mal mobil die einzelnen Produkte zu durchstöbern und das funktioniert hiermit auch gut, man kann das Ganze auch in den Warenkorb legen und dann direkt hier vom iPhone aus einkaufen. Wunderbare Sache und auch vom Design her passt es ganz gut zu den Gravis Farben. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal, ciao!